Hi, hier ist wieder der Nikolas von Session Music und ich möchte euch heute noch die kleinen Cajon Features von Meinl zeigen. Und zwar sind das einmal die MCM Mellets von Meinl. Die gibt es einmal hier in dieser Version mit einem kleinen Schaumstoffaufsatz, wo ich einfach, wenn ich auf der Cajon sitze, die Bassdrum-Parts nicht mit der Hand spiele, sondern einfach mit diesem kleinen Schlägel hier, um ein bisschen knackigeren Sound zu haben. Gibt es auch mit dem Big Head, wo der Bassdrum-Sound einfach ein bisschen voller, ein bisschen lauter und auch ein bisschen weicher klingt. Das gibt es natürlich dann auch in einer Doppelversion, in einem Combo-Stock oder zum Beispiel mit Aluminiumgriff mit integriertem Shaker noch. Außerdem gibt es da neue Beater für die Cajons, wo ich einmal diesen Hammerhead hier habe für einen schönen, knackigen Bassdrum-Sound oder für einen volleren Sound mit dieser großen Schaumstofffläche hier in Verbindung mit diesen Symbals hier, damit es einfach ein bisschen ausgefallener klingt. Und das Ganze gibt es nochmal hier ohne diese Symbals, allgemein für einen schönen Bassdrum-Sound von der Cajon. Und wenn ihr mal mit den, nicht mit den Händen, sondern einfach mal mit den Füßen einen schönen Brush-Sound auf die Cajon zaubern möchtet, dann könnt ihr das hier mit diesem Brush-Cajon wieder tun. Kommt einfach mal vorbei, checkt die Teile an, würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Bis dann.